Hallöchen und Willkommen zum zweiten Part von diesem Game! Oh ja! Geile Geschichte hier! Ach, wie uns hier der Sirax verzappt! Schrei euch in die Ohren bei dem Game! Nein, oh man! Lass mich doch in Ruhe! Oh, ich bin auch so behämmert! Ich bin bescheuert wie nichts! Hm, noo... Ja, hör auf den Zählbutton zu smashen! Der bringt nichts! Oh Gott! Flop! Flop! Ich hab doch Flop gesagt! Warum zählt es nicht? Oh, fick doch deine Tüte! Oh, was? Oh! Ich raste nicht aus! Ich will nicht ausrasten! Das hat auch überhaupt nicht gezielt, dieser Hatter! Oh man, ey! Nein! Nein! Junge! Junge! Ah! So, ich hab ihn mal kurz ein bisschen gekraftet! Mit einem guten Schimpf-Kraft-Ausdruck! Oh, sprich doch gescheit! Mann, ey! Böser Geist! Böse! So eine böse Möse! Du verfluchte Möse! Lass mich in Ruhe! Ich hab schon härteren Mösen gegeben! So, wie mach ich diese Toiletten-Geschichte? So! Warum nicht gleich so? Ich tu ihm aufs Segel abdrücken! Ah ja, dieses Game gibt's auch bei Speden! Lecker, lecker Speden! Mein Bär, nicht deins! Du ekelhafte Rotstuch! Ekelhafter Rotstuch! Gut gedeutet! Vor allem gedeutet! Na, und nein, ich habe kein Automatikschutz! Das ist bloß mein Ziel dann, wo man? Ja! Vielfalt, das ist mir Gott egal, ey! Oh, ficken! Getrollt! Oh! So, jetzt sind wir wieder so weit! Oh, ficken! Bäh! Junge, lass es! Oh, fick dich doch! Oh! Ey, wie oft ich mir heute ins Gesicht geschlagen habe! Oh, lass mich doch in Ruhe! Ja, spür doch noch rein! Willkommen bei den Navy Seals! Nur, dass hier kein Wasser ist! Oh, oh, oh! Oh, oh! Geil! Oh, scheiße auf das Leben! Ich habe hier sowieso... Oh, endlich! Ich sollte anstatt nach rechts zu laufen springen! Ja, Syrax! Das wäre schlau! Ey, das wäre... Oh! Das wäre Humanoid! Oh! Was? Schon... Oh, Deja Vu! Fick dich! Lass mich doch mal durch! Diese Stage kennen wir auch überhaupt noch nicht! Ha! Oh, Mann! So unnötig, ey! So, Konzentration, Syrax! Konzentration! Lass mich doch mal durch! Oh, was? Oh, was? Nein! Oh, Mann! Lass mich doch mal durch! Ich vergifte deine Katze! Alter! Was? Danke! Danke für die Zeit! Oh, Mann! Lass mich doch mal in Ruhe! Fick dich! Oh, fick doch dich! Fick deine Schwester! Fick deinen Zuhälter, Junge! Oh, lass dich doch mal in Ruhe! Was? Ganz ruhig, Syra! Schwierab, du! Penis! Schnitzel! Tier! Ah! Oh, du Wichsbonbon! ich möchte diese stelle aber schaffen und dann will ich einfach eine bibel borsche bei let's play bin ich der dämmer das spiel ist nicht so schwer sagen auf jeden fall diverse youtuber penisse geile scheiße geile scheiße geile scheiße mann fickt die vogelscheuche von hinten ich sag einfach mal dazu nichts es ist das erste projekt mit facecam und ich raste aus aber irgendwie was dreht sich dabei mit dem rücken zu gegner damit besitzt ihn bestimmt ich denke wenn das so weiter geht brauche ich noch mehr bier und zwar in real life kann ich nicht mal ein bisschen zeit mitkriegen kleine anus abgelobt stimm ich darf ja die figur nicht beleidigen sonst beleidige ich quasi einen youtuber oh ficken ah du scheiß geist ah lutschen wir am penis hör auf ab zu bei action serax es ist bloß ein game es ist bloß ein verdammtes game ja schon wieder c ah was nein 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 was 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 war hier ey junge ich ich würde spring die stage wenn ich wenn ich jetzt nochmal game over gehe headshot ey wichst ihr doch einen man man you died ja deine mutter ist auch gedeiht deine mutter ist auch gestorben so fick dich oh los stopp ja nein diesmal werde ich es schaffen diesmal ah ja geil geil so oh das wird super hier werde ich sterben hier steht quasi schon der Name auf meinem Grabstein ah was what the vornia ah die assi too bad verwertung grünes hot oh man wuuu so ich geh jetzt davon aus dass die nicht tot sind ok ok feg dein anus in zwei wie mach ich das jetzt oh oh Gott was 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 zum teufel nein oh Gott oh Gott will ich das leben ja ich will das leben oh oh ich wills oh Gott oh euer Ernst hier oh 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 das hat sich gelohnt gibt's da eigentlich noch das Leben doch nicht nein es gibt's nicht geile scheiße toll bist du geht's nicht mehr noch mehr leben oh wie bitte alter schwede what the fuck oh Gott oh das ist assi das ist richtig assi ich muss wie oh assi nein oh Gott das ist so assi konzentration sirux dann geht das schon gut vor allem warum töten mich diese blöcke oh Gott das war schon fast zu knapp oh 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 Junge wie soll ich denn das schaffen oh Junge wie soll ich denn das schaffen mit oh ich nehm das Bier war klar was nein siehst du aus als würde ich heute Abend betrunken werden ich hoffe auf jeden Fall nicht ich hoffe auf jeden Fall nicht hüp 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 oh oh Gott das ist assi Das wäre eine richtige Beleidigung, zu sagen, das wäre für Arzke Empfänger, dieses Spiel. Ficken! Ficken! Nochmal! Ficken! Fick die 1! Ja, für mich sind Zahlenweibchen. Seit neuestem. Gut, dass die Pulle wieder auftaucht. So ein Bier hätte ich auch gerne. Boah, warum gibt es solche Todesblöcke? Wie bitte? Wie soll ich den Scheiß schaffen? Ganz ehrlich, ich sehe da wirklich keinen Ausweg. Oh, lutschen wir da ein! Man! Da gibt es ja auch eine Unverwundbarkeitszeit, aber die kann ich da nicht gut sehen! Weil es keine Spikes oder so gibt, keine Spikes. Wurde das von euch durchdacht? Nein, wurde es nicht. Das muss doch irgendwie gehen! Schwanz, Blut, Stier! Wow! Gisgilt! Aber warum ist die Scheißstelle da so... Ich mag das! Wie mag... T-T-T-T-T! T-T-T-T-T-T-T! Oh Junge Geht doch nicht Oh Oh Mann F*** das Ball raus Also das ist auf jeden Fall No shit Ich fahre euch Wenn ich jetzt gegen Over geht Dann war es das für diese Stage hier Erstmal Weil darauf habe ich echt keinen Bock Ja Oh Gott Nein Okay das war es dann für diese Ich verabschiede mich hier Weil ich echt einen Fack drauf schiebe Ja dann bis zum nächsten Part Vielleicht war ich eine kleine Pause Vielleicht auch nicht Ciao ciao und auf Wiedersehen Ich hab ihn mit dir Ich hab ihn mit dir Ich hab ihn mit dir